Will, komm mal zu dem roten Punkt. Ich hab ne Überraschung für dich. Ne Überraschung. Ja, komm, du musst einfach nur hierher. Du musst dich einfach nur auf den roten Punkt. Warte, warte kurz. Einfach auf den roten Punkt stellen. Ja, einfach darauf stellen. Okay, und dann? Kriegst du ne Überraschung von mir. Wirklich. Komm jetzt, stell dich jetzt auf den roten Punkt. Okay, warum das obsidieren, Marlon? Ähm, ja, das ist für die Überraschung. Okay. Freu dich, warte ab. Was, ein Vollidiot. Warte mal. Was? Warum schläppst du nicht? Du hast Gelbmut an. Wer Gelbmut anhat, hat keine Eier.